Yo Leute, noch Taraband hat letztens ein Video hochgeladen, wo er eine Minecraft-Mod namens Minecraft Better Than Adventure 1.7.6 spielen wird mit der Community und wie ihr schon von dem Titel dieser Mod hören könnt, ist es eine sehr alte Mod, beziehungsweise ist es keine alte Mod, aber die Mod ist für eine sehr alte Minecraft-Version und basically wir spielen einfach eine uralte Minecraft-Version mit einer relativ neuen Mod und das ist alles ziemlich kontextlos. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. Sehr viele böse Wörter in diesem Video. Achtung, keine Kinder, bitte. Achso, am Morgen! Soll ich den Zimmer starten? Ne, oder? Roblox meine ich. Ne, ich gehe jetzt wieder. Ciao! Hallo! War cool, Ben, ich bin dann wieder weg. Ciao! Ich drück jetzt auf Enter, okay? Nein! Ich brauche eine Unterschrift von jedem, dass ich mich nicht so ausstrahlen soll. Wenn ich nicht nur die 18 bin, bräuchte ich eine Unterschrift von meiner Mutter. Ja. Mama! Als ich dann in diesem Call drin saß, kannte ich wirklich kaum jemanden in diesem Call und das war irgendwie ein bisschen komisch für mich. Außerdem hatten wir noch eine Person drinnen in dem Call, welcher ein bisschen jünger war und die ganze Zeit gestummt war. Und, äh, ja, wir haben ein bisschen mit ihm rumgealbert. Und, sagst du von Fakir auch noch nicht? Wir fangen erst an, wenn Unlustiger ja sagt. Nein! Wir fangen ja auf den. Wir fangen ja auf den. Wir fangen erst an, wenn Unlustiger sagt, dass ich den Zimmer starten soll. Hier ist so meine Unterschrift. Soll ich den Zimmer aber nicht starten? Ich soll den Zimmer nicht starten? Oh, boah! Ja, dann nicht! Oh, das ist aber schade. Oh! Oh, man! Oh mein Gott! Oh, man! Oh, man! Wir müssen halt... Unlustiger warten. Ich find das so witzig. Das ist so asozial. Kannst du denn jetzt bitte starten? Nee, okay. Ich hab gleich Turken. Hey! Oh mein Gott! Ich bin drin! Ja! Ich bin drin! Ich bin drin! Ich kann euch schlagen! Naja! Warte auf! Warte auf! Warum hast du ein Cape? Ja, weil ich cool bin, ja? Ich bin richtig sexy! Nein, ich sterbe! Oh! Backstab? Wieso Backstabs? Weil du mich von hinten genommen hast. Oh, geil! Können wir alle in Screenshots zusammen? Sind überhaupt alle drinnen? Na... Ich hab's nicht gesagt! Ich hab's nicht gesagt! Ich hab's nicht gesagt! Du bist du! Wer seid ihr alle? Du! Du! Schau! Alter könnt ihr auch für mich zum Sporen essen, Alter! Du bist so laggy! Ihr habt kein Wunder eins! Können wir alle zusammen einen Screenshot machen? Nein! 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 Ich würde gerne mit euch allen zusammen einen Screenshot machen! Nein! Könnt ihr alle auf den Berg und uns nicht töten? Wer hat seinen Penis gebaut? Wer hat seinen Penis gebaut? Wieso ist jetzt ein Dirt-Penis-Tier? Okay, warum können wir jetzt einen Screenshot machen? Ich hab meinen Skin Grandi angepasst für diese Version. Ich hab so schwarze Barren ein- Warte mal Leute, installier ich die Mod? Nein! Nein! Ich hab's nicht gemacht! Ich hab's nicht ernst, Alter! Nee, f*** ich ganz ehrlich! Ich hab im Video gesprochen! Kann... Können bitte alle aufhören mich zu boxen, Mann? Leute, das erste Team ist... Gatte am Gatte! Gatte am Gatte am Gatte! Ich will doch nur einen f*** Screenshot mit allen machen! Ja, dann mach's doch schnell! Weil ich... Können wir uns alle nebeneinander stellen? Ahhhh! Ey, Teddy! Nein! Was? Warte, unten ist nicht die Hotbar, sondern ganz oben bei mir! Hä? Nein, drück mal Tab! Drück mal Tab! Drück mal Tab! Ohhhh! Oh! Alter, können wir bitte einfach alle mal nebeneinander stehen? Geil! Ihr seid f***ing alles Vierjährige! Ben! Ben! Ich find dein Skin voll schön! Junge... Ja... Gomme Sagt! Hat den Gomme HD gemacht? Gomme Sagt! Stell dich alle in ne f***ing Reine! Okay! Okay! Wir spinn Gomme Sagt! Wir spinn jetzt Gomme Sagt! Gomme Sagt hier! Game Shop! F*** dich! Warum redest du mich? Nein! Du f***ing... Okay! So, jetzt drück mal alle... Jetzt drück mal alle auf... Auf f***ing Escape, okay? Okay! Okay! Und dann drück auf F***ing Mode! Okay! Was ist das denn? Was? Loll! Hä? Was? Ich hatte einen Plan? Ne, ich muss alle töten! Ne, ich muss alle töten! Was? Was? Ich liebe Sagt! Wie f***ing der Penis im Weg ist! Ich kann das Bild nicht machen! Man kann sogar ein Shader reinpacken, oder f***ing ist kein Shader ist einfach nur verschwommen! So, jetzt... Hör auf mich zu schlagen! Ja, Screenshot! Hör auf mich zu schlagen! Bitte! Ey, ich hab ne... Einfass- Ja, ich hab ne... Ich hab ne.. Ich hab ne.. Ich hab ne... Ich hab ne ... Ich hab ne... Guck einfach... Der Schwarze! Warte, ich kümmere mich um den. Moment. Charm, oder? Gang. Ich kümmere mich um den. Okay, hab mich in die Liebe gekümmert. Alles gut jetzt. Warum rettest du jetzt weg? Oh mein Gott! Betty darfst du nicht schlagen, das ist rassistisch! Hör auf, Ben! Das ist rassistisch, Ben! Den Wacken darfst du schlagen, aber den Schwarzen nicht. Das ist rassistisch! Ich hab den Schwarzen gefördert! Hallo? Oha, Danny, oha! Das ist so lanky, ich kann gar nichts schlagen. Ja, geil, das war ein nicer Start. Man sieht sich vielleicht morgen dann, ne? Ja, ich würde sagen, das war ein voller Erfolg für die erste Folge Minecraft Better Than Adventure. Ne, Minecraft Ubenance. Achso, ja, Minecraft Arabenteil. Ben, egal was du sagst, ich werd das Video so benennen. Guck mal, was ich sage, ha? Guck mal, was ich sage, ha? Guck mal, was ich sage, ha? Ich komm nicht auf den Start, aber ich will doch nicht jedes Mal F11 drücken müssen. Danny, du musst einfach auf Join drücken. Ich hab keine Ahnung, was mein Mojang kommt. Was ist ein Mojang? Es gibt nur Microsoft, es gibt kein Mojang. Ah, ich glaub, er meint das Spiel Mayong. Mikro-Weich. Er meint Mayong, Leute, keine Sorge. Ich hab keine Spaß. Pink ist toll, das ist ja geil. Hä? Wieso macht ins Wasser springen Damage? Betrug? Nee, Mann, ich spiel jetzt Roblox. Das ist ganz ehrlich. Ich hab das reingeschrieben. Warum kickt er jetzt alle? Ey, ich hab im Chat geschrieben, wurde gekickt wegen Illegal Characters. Oh my god, Minecraft 1.19.2 Chats. Oh my god, Minecraft 1.19.2 Chats. Nein, ich hab ganz normale Sachen geschrieben. Hört auf zu schreiben. Illegal Characters im Chat, ich bin davon gekickt. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Was ist los mit euch? Wie spielt ihr? Junge, schreibt Hi in den Chat und werdet gekickt. Ich hab's hätten geschrieben. Junge, der Chat ist einfach illegal geworden. Mann, hier ein Schwertzeug. Danke. Und wo ist das Steinschwert abgebaut? Junge, ich hab nicht mal Stein abgebaut, Junge. Warum ist das Stein? Ich hab schon, ich hab schon Netherrides. Wir werden, wir werden legit die Nacht nicht verleben. Ich find das so witzig. Ich find das so witzig. Ben sagt, ich find das so witzig. Und lacht einfach überhaupt nicht. Keine Emotionen. Ja, das ist Ben. Das ist so witzig. Ich hab real Angst. Ben ist so jemand, der würde XD schreiben, aber einfach gar nicht lachen. Nein, das ist nicht true. Ich hab Kohle gefunden, Leute. Jetzt können wir Freakzen. Kohle, 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 Kohle. Ja, ich kann Kohle! Kohle, 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 Kohle! Ich mach Facken. Ben komm zu mir, ich geschütze dich. Abkünd' dich nicht, Mike. Oh, er hat eine Facki, er hat eine Facki. Ich hab sogar zwei Facki. ich habe keine ich habe keine wette müsst ihr zombies töten die droppen stoff und daraus könnt ihr dann die decke hast du den stoff zogen ich habe stoff sachen hier die kiste dann würdest du meine airports haben die mobs bewegen sich halt so ja dann willst du meine airports haben ja okay und da kommen wir die app und die braun braun edition hier nimm die ich habe nicht trage die airpods Ich hab mich so, ich hab mich so auf der Kante gesnickt, da shit nilicals danced. Zombies droppen so Cloth. Ah, hier sind 3 Creeper! Ich glaub hier Cloth sind ein Dicks, oder? WTF? Ich wär war ein Zombie. Hey ho Araber, Freunde. Willkommen zu Minecraft New Balance. Wer ist denn? Ich hab Eisen. Ich hab Kohle. Okay, ich trade. Diaz gegen Essen. Ich trade. Ich glaub hier war jemand. Hier sind fucking Fackeln. Oh, hier ist jemand gestorben. Ja, ich? Das sind meine Sachen. Ja, die nehm ich dann, ne? Ey! So ne, so ne, so ne, so ne Kohle-Ader ist ja verdammt riesig. So victim of aim-ward. Jürgen, das geht einfach voll Kettenarmor. Gibt's hier Ketten? Wow, Creeper! Creeper O-Man! Creeper O-Man! Alter Creeper Sound, Alter! So Ben, ich komm jetzt zurück. Ich geb dir Essen, okay? Dafür gibst du meinen Staffie jetzt. Echt jetzt? Okay, das ist ein Deal. Okay, aber braten musst du selber. Ja, kein Problem. F*** Kohle. Äh, 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 ich hab zwei Leben. Ich glaub ich muss, äh, selber nochmal... Kenny, hast du gerade reden? Fast tot, ich will dich nochmal sterben und den ganzen Weg wieder zurückladen. Soll ich hochgehen? Warum ist da ein F***ing Wollschwert im Ofen? Ich hab dir eine Frage... Ja, danke, ist jetzt meins. Warum kann ich die Schwierigkeits-Guard umstellen? Was? Was? Das ist so auf einmal so überall bei uns Creeper, weil ich bin so gar nix. Dann lass das mal. Ja doch, stell mir mal auf peaceful. Ben, wo bist du? Ich wollte dir Essen geben. Wenn du jetzt nicht komm, dann geb ich dir gar nix. Ey, Mike, kannst du mir, äh, kannst du mir's geben? Ich bin direkt hinter dir. Ich bin direkt hinter dir. Okay, ich geh jetzt nochmal weiter. Mike? Mach auf. Okay. Ah, du bist an der Oberfläche. Warte. Okay, ich, 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 ich grab mich hoch, Mike. Für dich. Nein, warte, bleib da, warte, ich komm zu dir. Ich komm zu dir. Du kannst ja schon mal nach Dias suchen, okay? Ich brauch Dias, dringend. Ja, du gehst einfach auf den Sacken schauen. You'll be alright down. Oh ja, die Blume bräuchte ich dringend, meine Dandelion. Danke, Ben. Creeper, Mann. Der ist liegt da übrigens, der unter dir. Oh, danke. Creeper. Mann, ich misse wohl einen. Oh, nee. Bitte passt auf, dass wir keinen Hiro Brinebein sehen. Ich hab voll Angst vor dem. Der ist so gruselig. Aber eigentlich sollte es ja nur im Schwarzeichenwälder, Tortenwälder allweil sein. Also von daher haben wir eigentlich, äh, gut Glück. Oh mein Gott, das Video. Das war aber Kirby Brine. Das war Kirby Brine. Das war Kirby Brine. Was für Kirby Brine? Ich weiß es noch genau. Danny hat in dem Video Kirby Brine gesagt. Ich weiß es noch genau. Nein, ich werde erstickt von Grizzle. Ich werde erstickt. Keine Sorge hier, Brine. Warum bin ich im Wasser? Ich sterbe. Ich sterbe. Hä? Einfach atmen, wenn du keine Luft bekommst, Ben. Ach so, ja. Sorry, ich atme. Danke. Was ist... Was ist... Ich hätte jetzt schon einen Diamanten, aber ich wollte nach Essen suchen. Alter. Der Flex. Der Tief hat mir einfach Eisen spendiert. Ey, Ben, siehst du meinen Namen? Ben, siehst du meinen Namen? Wenn du mir was zu essen gibst? Wenn du mir was zu essen gibst? Ich hab Essen, ich hab Essen, ich hab Essen. Ich hab... Ich kann dir ne Blume geben. Ja, dann... Hilf mir. Ich komm mir nicht mehr raus. Meine Spitzsack ist kaputt. Ich hab ne Holzspitzsack. Oh. Mit der kann ich mich doch oben bauen. Ich habe Essen gefunden. Kann mir jemand Essen spendieren und Eisen? Und Dias? Wenn du willst, kann ich das. Ich bin oben. Und Dias? Wenn du willst, kann ich dir essen. Und vielleicht noch Enderpaaren, vielleicht noch Blazerods und vielleicht auch noch... Noch vielleicht ein Blasen, das wäre auch cool. Mike? Ja? Ich bin... Warum sag ich Mike? Stars? Was? Okay. Wo bist du? Ich bin da, wo Ben ist. Ich bin da, wo Ben ist. Ich bin da, wo Ben ist. Jeder weiß noch, wo Ben ist, ne? Ben, so... Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Schreib mal deine Koordinaten in den Chat, Mike. Okay. Warte. Ben, ich mache einen Trade-Offer. Wo bist du, Ben? Ich möchte erst das Offer-Ding sagen. Okay, Ben. Du hast ja meine... Du hast ja meine Special Edition Gomme-Mode AirPods an grad, ne? Ja. Die braunen. Genau. Ich mache einen Trade-Offer. Ich gebe dir High Deluxe 999 Euro silberne, eisene AirPods dafür, dass du mir die zurückgibst. Die Lava! Wieso solltest du das wollen? Oh Gott. Weil ich die f***ing Gomme-HD-AirPods haben möchte. Also ich krieg ein... Du sagst gerade, dass ich Eisenschuhe krieg und dafür muss ich dir Lederschuhe geben. Ja. 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 Okay. Äh, ich habe Essen. Will jemand essen? Ich, 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 ich. Ich will Essen geben. Ja, ja, ich, ich, ich hab Eisen, ich hab Eisen. Ich kann dir Eisen geben. Ich hab dich befreit. Okay, okay, ja, Danny, Danny. Ja, Danny. Ich kann's auch im Video-Editing umstellen, so. Ja, gut, kann man auch machen, aber warum? Es wird Nacht, es wird Nacht, es wird Nacht. Oh, ich baue mir ein Haus. Oh mein Gott. Sonnenuntergang, Jumpscare. Da habt ihr den Server gelöscht. Ben, lass mich mitleben, ich geb dir Essen. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. So eine kleine Bibel-Legende Deutschlands. Hallo? Kannst du erst mal warten, bis ich dein Angebot annehme? Ich will deine Scheiße zumindest einsam werden. Okay, danke. Warte, es gibt Controller-Support? Guck, ich hab Faxen rein. Da hab ich jetzt rein? Ja, okay. Nur für heute, aber das ist nur nicht permanent. Okay. Es ist nur ein temporärer... Haus-Party. Ja, ich tanz den Käse. Haus-Party. Ich such dich jetzt, okay? Ich bin in meinem Haus, was ich gebaut habe, wo einfach zwei facken Penner eingezogen sind. Wo ist dein Haus? Ja, hier! Hier, wo ich bin. Ey, Ben! Ey, Ben! Ey, Ben! Ich hab ein Kumpel eingeladen. Darf der mitkommen? Komm! Der ist so grün und stachlig und... Ja! 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 Der ist so grün und stachlig und so einfach jetzt umgelegt... Hahahaha! 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 Ehhhhh... Du, Dich! Was ist f***ing los mit dir? Guck mal, der steht auf dem App mit der Chat! Was ist f***ing los mit dir? Hahahaha! Hör, warum setzt dich vor den Pett, hä? Ist einfach schön! Kannst du f***ing mir alle Items geben, die mir gehören? Die, ich lass sie hier liegen! Ich bin grad dabei, ne Kiste zu erstellen! Ihr f***ing Witz! Hahahaha! Ich kann doch nichts dafür, dass der Creeper dein Haus schleppt! Hahahaha! Guck dir mit die Quads geben, bitte! Ja, okay! Warte, ich geb dir die Quads! Better than Adventure 1.7.6.2-0.2. 300 FPS, 300 Shark Updates, C1253-10816, F211300, E7450, E18-219, B0, I199, P20, CALL217... Ja, okay, ich schreib's in den Chat! Hahahaha! Was im Scheiß! Hahahaha! 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 Ben, ich baue dein Haus weiter mit pinkem Holz, okay? Ah, ja. Kannst du f***ing mir sagen, wo du bist? Ja, hab ich doch gerade gesagt! Wollt ich's nochmal vorlesen! Okay! Better than Adventure 1.7! Hahahaha! Das kann doch nicht sein, dass es keine Koordinaten gibt! Gibt es wirklich nicht! Hahahaha! Was machen wir dann, hä? Wie machen wir das? Ja, einfach f***ing verrecken, Junge! Das machen wir dann noch Peck haben! Boah, ich bin grad sehr nah auf der Spur mein Haus zu finden! Oh! Wo ist mein Haus? Ja, ich baue's grad wieder auf! Ben, jetzt komm doch einfach her! Ja, Alter! Kannst du mir nochmal die Koordinaten sagen, Mike? Ja, okay! Better than Adventure! 1.7.6.2 und auch nicht 0.2! 300 Shels! Null Shanks ab! Ich habe mein Haus ge- Wie machst du dir die Haare? Wie machst du dir die Haare? Wie kriegt man die Sachen? Wie machst du dir die Haare? Wie machst du dir die Haare? Es ist ganz leicht! Wieso tut mir wirklich in der Seele weh? Ja... Hä? What the f***? Ich habe einen Creeper gehört! Creeper? Ich finde die Version toll! Ich auch! Hey! Alter, lass mal was! Ey, Ben, hinter dir ist ein Creeper! Ben, hinter dir ist ein Creeper! Ben, hinter dir ist ein Creeper! Wow! Der war vor mir! Was? Auf einmal höre ich nur das Zischen! Ich kill den, ich kill den für dich! Oh! 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 Ich hoffe... Wer... Wer hat gerade... Wer hat das Haus angezündet? Ah! Seid ihr überhaupt? Wer hat das Haus angezündet? Also jemand hat gerade über Flint and Steel geredet. Äh, Kenny? Was? Hast du mein Haus angezündet? Die bessere Frage ist... Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man so versätigt mit Flint and Steel ausrutschen kann? Nicht so hoch! Nicht so hoch! Nicht so hoch! Echt nicht hoch! Bei uns am Haus! Ok, Ben! Äh... Es war kein Kircheln auf 2 stacken! Ich seh's erst jetzt, mein Inventar ist so voll! Hä? Sammle den Scheiß doch auf! Ah ja! Boah, da geht das immer runter! Warum kann man Fisch stacken, aber kein Pockchamp? Aber kein Pockchamp! Ja, Fleisch ist halt... Wieso kann ich kein Pockchamp? Wieso gibt es kein Pockchamp in Minecraft? Wieso gibt es kein Pockchamp? Was wir nicht immer zusammen im Call spielen, das kann so jeder spielen wann und wann er will. Ja, aber guck mal, das nächste Mal join ich dann auf den Server und auf einmal ist so full Deer, die ganze Welt ist so kein Grafen, sondern Deer-Blöcke, weil ich aber so viel verpasste! Das wird so sein! Das wird so sein! Das wird so sein! Warte, da gibt es Schaden mit, oder? Ja, in Schaden, genau! Alter, aber dann lohnt es sich ja gar nicht, Dia abzubauen! Scheiße! Doch, die beste, die beste Sachen... Was hab ich? Das beste ist Dia! Nee, Stahl gibt's doch! Was für Stahl, Junge! Woher weißt du was? Einfach wie? Ich weiß schon, dass es Stahl gibt! Hast du noch nie Battle of the Adventure gespielt? Nein! Es ging... Ich bin so witzig, wie du so tust, als ob du es so jahrelang spielst! Es gibt halt so... Das ist aber true! Es gibt echt Stahl! Ich hab aber mich nicht angeguckt! Ist das besser als Dia? Ist das besser als Dia? Das ist gelogen! Ben, ist das besser als Dia? Ja, Stahl ist besser als Dia, und das kriegt man irgendwie im Nether, aber... Hä? Ist einfach Netherite! Ich wusste, dass der Hölle kommt, Alter! Stahl kommt aus der Hölle! Stahl kommt aus der Hölle! Wenn man R drückt, kommt man in das Crafting Recipe Book. Und da gibt es auf Seite 2 so eine neue Waffe. Wie macht man die? Kann man schießen mit? Weil da rechts siehst du die Bullets. Hä? Wie siehst du... Wie siehst du die Waffe? Hä? Die drückt... Meinst du das... Meinst du auf der zweiten Seite das in der Mitte? Ja! Und rechts siehst du die... Ich weiß nicht, was... Die hat's dann ohne! Das ist ne Gun! The Headcanon! Ja, das ist ne Headcanon! Was? Was? Seite 7? Da ist n Quiver! Das ist n... Das kannst du stattdessen als n... Als n Brustpanzer nehmen. Da kannst du deine ganzen Pfeile drin lagern. Warum wisst ihr das denn alle? Weil ich schon gespielt habe! Man kann Köcher machen! Ihr habt schon euch alle so... Ihr habt alles schon... Ihr habt schon... 80 Sekunden... 2 Sekunden... Ich glaub jetzt ändert sich da einiges... Willst du blaue Schafe? Weiß nicht wie! Du bündetigst Apel, Lazuli! Dieser Farbstoff zwingt dich in die Knie! Aua! Am Redstone! Lazuli! Lazuli! Aua! Ich hab wirklich wieder volle HP! Minecraft! Skins! Skins! Hura! 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 Minecraft! Skins! 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 Gibt es Joe! Gibt es Jojo! Wie crafte ich hier mein Stand? Wie crafte ich mein Stand? Du musst... Den... Du musst den... Den Pfeil erstmal craften! Also es gibt einen goldenen Pfeil, den man sich hier craften kann! Und dann muss ich damit erstechen, wie man stirbst und dann bist du respawned mit Zawaldo! Aber nicht ein Stück! Boah ich hoffe ich krieg nicht den Lock, Alter! Ich hoffe... Den Lover ist einfach! Da braucht jemand Slime-Blöcke? Ich hab welche! Was? Was für Slime-Blöcke? In dieser Vision! Wie hast du Slime-Blöcke? Wie hast du Slime-Blöcke? Was für Tropfen, Junge? Gib mich nicht gerne an! Was für Tropfen! Boris, du kannst mir all deinen Schleim geben, wenn du... Oh Ben, das war aber ziemlich erotisch von dir! Hä? Das sind grüne Blöcke! Leute, ich hab'n Slime-Blöcke! Ich blende einfach alles auf, was dir gesagt wird! Gib mir halt! Das ist ganz wie das einfach nur... Ben, was ist das? Man kann nicht mal auf Schilde schreiben, Alter! Du hast komplette Kommunikation ausgestellt! Was? Ich hab' gar nicht ausgestellt! Oh Ben! Wow, ich hab'n Spawner! Ich hab'n Spawner! Heads up! Ja, ja, wir können... Wir können direkt ne... 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 Ne XP-Farm! Ne... Ne... Ich muss ehrlich sagen, ich bin... Von wem sehe ich denn deine Nametag, wer ist denn das über mir? Oh, oh, Alter, ich weiß nicht mal. Das Eisen-Ding. Klapp mich mal frei, ich hab keine Spitzhockey mehr. Bitte, bitte, ich geb dir Essen. Essen? Äh... Vier Eisen und dann Redstone in der Mitte. Botenlos. Ja. Botenlos. Haha. Gormenmode. Mach mal Gormenmode. 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 Wer auch immer da steht, nur wenn ich gleich einen Namen herausfinde, ich werde... Oh mein Gott, ich weiß wer es ist, es ist der Affe. Der f***ing Affe. Der steht da rum und macht nichts, der könnte mir ja helfen. Ich kann mich mit der f***ing Hand nach oben und der könnte mir mal helfen. Ich bin dafür, dass wir den Affen bannen. Ich bin dafür, dass wir den Affen verprügeln. Ich bin dafür, dass wir den Zobau bauen und den Affen da einspäßen. Ich bin dafür, dass wir den Zobau bauen und den Affen da einspäßen. Mit Bad Truck. Ich bin echt mit Zobau und für den Affen. Oh mein Gott. Was hab ich mit dir gefunden? Oh, danke. Fällig nice. Alter, was machst du mit der Tür? Der hat sich gewaltigen Gehalt. Genau. Ich geh das nicht in der Hand. Also Fanboys sind einfach... Wo baut ihr alle? Ich such euch! Also wenn man mit einem Fanboy zusammen ist, ist es so, als hätte man einen Bro und eine Freundin so gleichzeitig. Ist doch geil. Ist doch geil. Ist doch geil. Ne Broundin. Ne Broundin. Ne Broundin. Ne Broundin. Ne Broundin. Man. Man hat halt auch nicht gebrozoned werden. Ne man, f*** doch mich. Gebrozoned. Erzähl. Ja, das weiß ich. Was ist mit dir los, du f***ing Affe? Ich wusste nicht, dass das da drin ist. Hä? Der f***ing Affe fängt gerade in der Tür. Ah! Mein Bein! Ah! Mogus! Blick, komm mal her, ey. Hä, was ist denn da gebaut? Ja, Familie. Oh, ne Ente! Oh mein Gott, wie cool! In Minecraft gibt es Enten? Nein, ich hab ein Texture Pack gemacht für die Mods, dass alle... Hä? Und du sagst mir nix? Warum krieg ich das nicht? Wieso krieg ich das nicht? Was soll das denn? Gepair? Ich bring dich um. Ben, Gepair, ich bring dich um. Ich gib sie, ich gib sie, ich schreib sie in den Schatz. Nein! Du schick's mir auf Discord. Mir auch. Oh, Nether Kopf. Auf den Affen zu küssen. Oh! Hä? Hä? Wie? Er wurde 30 mal gekickt, Digga. Was ist passiert? Er hat den Affenslang geküsst. Oh! Ben! Ben! Wer? Wann bringst du deine ersten Kopf-Tücher-Merch-Store raus? Warum hast du das? Ich... Ich möchte aussehen wie ein Nachtarabe. Ich hätt gern schon so ne AK. Fuck! So random! Hier schon so ne AK. Als Nachtarabe hat man immer ne AK dabei. Ich hab X-Ray! Ich hab X-Ray! Ich hab X-Ray! Ich hab X-Ray! Ich kann alles sehen! What the fuck! Weil ihr laden die Chancen nicht! Ich kann alles sehen! Oh! 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 Ich hab mich gekickt. Oh! 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 Nein, danke, Mann. Komm, ey. 2, 4, 6. Schreib's dir auf, schreib's dir auf. Hä, man muss den Kompass nur im Inventar behalten. Der Affe ist der Main-Character. Der Affe ist der Main-Character, der Main-Villain. Hä, Leute, man muss den Kompass nur im Inventar behalten. Haben Sie aber ein Schwer, Mike? Sehr schönes Haus, Maurice. Ich freute mich vor den Zombieschitz. Ich hab im Pokémon-Spiegel geschaut. Das ist fucking... Ich versteh gar nix, alle reden ineinander. Schade. Hast du noch mein Schwert? Achso, right away, falls es mich interessiert hat, würde 20 Sporn reinigen. Danke. Nein, dafür hat er mein Essen geklappt. Echt? Ich hab damals mit dem Horn-Spiegel, als er mich gefragt hat, aber ich weiß, was eine Hufre ist, dann hab ich gesagt, ja, ein Werkzeug. Aua. Aua. Junge, es heißt halt Hacke. Das klingt doch rein. Ach, der Affe hat mich wieder geschlagen. Nein, auf, bitte, bitte, bitte. Ich schwöre auf euch. Gebe dir all meinen Dias. Gebe dir all meinen Dias, bitte. Gebe, gib, gib. Und ich schlag dich. Ich hab keine Dias, ich hab keinen Dias. Ich kann dir, ich kann dir, ich kann dir fang dir ein gehen. Ich geb dir meine neue Leisen, okay. Gebe deine ganze Rüstung, gib dein Inventar. Warte, warte, ich geb, ich geb für... Ey, wer ist in meinem Haus? Ich kaufe Ben frei, ich kaufe Ben frei, Affe. Ich kaufe Ben frei für Dias, wo bist du, wo bist du? Wo bist du? Ich kaufe ihn frei, wo bist du? Ich bin der Affe, ist f*** nix. Ben, soll ich dir mal Ambot zeigen? Nein, 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 bitte. Ich schlack dir nicht, ich schlack dir nicht, weil ich bin, was muss ich zeigen. Guck mal, das ist Auto, Auto. Oh, lol. Hast du essen? Essen? Ja, hier. Oh, du kleiner, süßer, danke. Erzähl mal. Wieso kann ich hier nicht rüberlaufen, Ben? Wieso kann ich hier nicht rüberlaufen, Ben? Wieso kann ich hier nicht rüberlaufen, es geht nicht. Ich kann hier nicht rumlaufen, es geht nicht. aber normalerweise kann man drüberlaufen ich habe eine idee ok ich baue mein haus ich muss alle stehen wir jetzt so ich muss rein ja perfekt Oh nein! Oh nein! Ja perfekt! Wie hat's geblendet das Skelett ein mit Pfeilen zu? Geht man in das Loch Affe? Ich habe eine Affenschindung, nein! Nein! Ich mach ja nichts böses! Doch! Er macht doch nichts böses! Nein geh doch einfach rein! Du bist allgemein böse! Okay und jetzt? Warte! 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 Ja ja genau! Und jetzt so! Pass mal auf! Mach mal auf! Warte! Oh mein Gott! Oh ja schon okay! Ich hasse Affen! Ich hasse Affen! Ich wollte dich ertrinken ja! Du hast auch Affen, Affen? Ja! Du hast auch Affen, Affen? Ja! Ich habe vor allem diese Affen die sich in Dörfern zusammentun in Afrika! In Afrika! Alter! In Afrika! In Afrika! In Afrika! In Afrika! In Afrika! In Afrika! Wegen den Affen die dort lebt! Afrika! Ja sie ist... Also das ist halt auch ein Fake immer! Weil wenn ihr seht, dass YouTuber so ewig lange irgendein Projekt machen und so ein Kram! Fuck! Also das ist eigentlich, spielen die erst an einem Tag durch! Die schneiden das dann so, dass es aussieht, als ob es einfach weg ist! Bei mir fliegt einfach jemand! Was macht ein Mesh-Teil? Das ist für die Tromme! Ja manchmal... Da muss man... Da muss man einmal... Hey Leute! Drückt mal F1! Drückt mal F1! Oh nein! Cinematic Mode einfach! Dann wird mein PC resettet! Nein! F1? Hä? Wo wird dann ein PC bei F1 resettet? Wie craftet man ein Bett? Ähm... Mit... Einer Wolle, zwei Kloff und... Drei Holz! Was? Zombies droppen los! Zombies droppen los! Ich kann dir gerne etwas geben, wenn du nix hast, Michael! Ja, ich hab gar keines! Ein... Ein Plast-Furnace! Ja, so stimmt! Hier gibt's ein bisschen auf! Ihr könnt ja aufhören, das packen Spiel in zwei Sekunden durchzuspielen! Aber Fungel! Und uns dazu zu spoilern! Dazu spoilert ihr noch! Das macht echt keinen Spaß mehr, wenn ihr jetzt am Spoilern seid! Ja, ihr spoilert halt alles! Das ist voll scheiße! Ey, ich bin einfach Platz 1 auf dem Leaderboard! Was tötest du denn? Ja, ich rufe für uns alle Essen! Damit ihr alle nicht verhungert! Ich hab auch Essen jetzt! Ich hab kein Essen! Ich sterbe! Ey, Ben! 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 Du wolltest doch Essen! Das war jetzt ein bisschen Cap, ne? Ein Sexhauch, um mir ein Fleisch zu geben, was ist denn jetzt? Nein, hier! Warte... Warte, Lenny? Danke! Junge da... Ne, der Affe kann sich... Ich mach ein Affenverbotsschild! Affe sind zu untersagen! S.O.S. Die Affenalarm! Zieh ich dir mal raus da! Pass gut auf! Viele Sitzeloffeln drauf! Wenn sie fallen ist es... Wie viel hat deine Spitzhacke? Deine Dia-Spitzhacke? Affen müssen draußen bleiben. Äh... Kannst mal sehen. Affenmäßig stark! Hör auf! Deine Spitzhacke hat 3436! Ne Stahlspitzhacke hat 5000! Junge, kannst du aufhören uns alle zu spoilern? Ich fang das wirklich ab gerade! Ja... Okay, wir spoilern! Hey Ben, schau mal! Ja, das geht! Weeeeee! Aber es wäre nett, wenn du fucking das nicht machst! Ich... Warte, ich hab mir noch... Du musst mir nicht beim Haus bauen helfen! Das ist mein Haus! Ich will ja! Du bist da nicht drüber oben! Lenny, komm her! Hast du Klaas? Komm her, Lenny, hier! 0-2-Warnung! Junge, dieser f****** Affe macht mich schwer! Ich hasse diesen Affe! Ich hasse diesen Affe! Der rät mich so auf, dieser Affe! Ey, es ist so gemein! Hallöchen! Oh mein Gott! Es ist geil! So gemein! Macht man Glasscheiben? Hast du... äh... Zwei Reihen voller Glas in... Blascheiben gibt's noch nicht! Was bist du? Ne, achso Scheiben gibt's noch nicht! Ne, nur Blasche! Stumblegeist in Verkacken! Mann, ich hab hier das... Stumblegeist! Das ist ein bisschen scheiße! Ich hab den... Ne, ich bin grad unten! Oh, okay! Ja, das ist schloss irgendwie geil! Stumblegeist in Verkacken! Stumblegeist in Verkacken! Ich will mal... Ich will mal bitte das... Lass das drin! Lass das drin! Hat jemand schon grünes Holz gefunden? Ne, oder? Es gibt grünes Holz... Hau mal auf, Danny! Achso, ja, ich wollte sagen... Ey, die werden fertig sind... Lass mal Kirchen... Alter! Selber auch schon, wenn du das hätten nervst! Irrsch, Blüter und Lohns! Oh! Oh! Alter, bringst du mich einfach um! Ey! The fuck! Weg mit dir! So, geht doch! Fragst du, sieht man das eigentlich Maikuchen aus? Oder heißt es Maikuchen? Maikuchen... Maikuchen... Weil... Seit wann schreibt man Kuchen mit einem A? Das will ich ja gerne wissen! Nach der Raben und Maikuchen! Ich bin schon... Maikuchen, Alter! Hör auf, Danny! Hör auf! Ich bin... Ich blute hier! Was soll das? Eigentlich meinte er Maikuchen und nicht Maikuchen, aber ich bin trotzdem witzig! Maikuchen! Maikuchen! Kann das nie wieder Nacht sein, Alter? Ne! Ne! Was ist das? Was ist Nacht... Was sind Gegner? Nachtaraben! 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 Ja, das ist das Tag... Das ist das Tagaraben teuer! Tagaraben! So hätt ich mich mal nennen sollen, Alter! Tagaraben! Ey! Guten Tagaraben! 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 Gute Nachtaraben! Gute Nachtaraben! Nachtaraben! Was? Was, was? Warum kann man nur vier Fische stacken? Warum kann man Flash überhaupt nicht stacken? Oh mein Gott! Das ist... Alter, das ist... Das ist... Vier Fische stacken ist schon heftig! Ja! Also... Man muss eigentlich gar kein Essen stacken! Ja, eben! Das ist schon heftig! Eigentlich kann man gar kein Essen stacken! Word! Ja... Oh! Hier geht's doch weiter! Oh nein! Ist das... Das ist... Ja! Hehehehe! Ben! 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 Ich hör jetzt erstmal auf für heute! Oh, ich auch! Ich hab keine Lust mehr! Scheiße, Mann! Spaß! Ich hab... Ich hab zweieinhalb Stunden Aufnahme! Was für diese Scheiße! Jo, Leute! Das ist das Ende des Videos! Ich hoffe, euch hat's gefallen! Schon auf jeden Fall noch bei Umbreon Ben und bei seinem Video zu diesem Projekt vorbei! Doch das war noch nicht alles! Ich habe nämlich in diesem Video einen goldenen Amogus versteckt! Und falls ihr ihn finden solltet, bekommt ihr höchstpersönlich von mir eine 10€ Paytif-Karte geschenkt! Ja, falls ihr noch mehr von Bubeland, Arabenteuer, was auch immer sehen wollt, dann lasst es mich wissen mit einem Like, Abo, Sub... Teilt das Video! Weiß ich nicht! Favorisiert das! Lasst fünf Sterne da! Keine Ahnung, ich... Ich bin raus jetzt, ne? Leute! Das war zu viel für mich! Ich bin raus! Dachtest du, dachtest du am Bugelsohn!? Dachtest du, dachtest du am Bugelsohn!?